Was die Kurden und die Türkei anbetrifft, seitdem ich mich als Journalistin mit der Türkei beschäftige, das heißt ziemlich genau seit 40 Jahren, nahm die Kurdenfrage in meiner Berichterstattung immer eine zentrale Rolle ein. Die Frage, wie viel Eigenständigkeit des kurdes und Volkes die Türkei ertragen könnte, die Frage auch, wie viel Eigenständigkeit des kurdes und Volkes die anderen Nachbarländer, namentlich Iran, Irak, Syrien oder etwa die Weltgemeinschaft hinzunehmen bereit wären, wurde im Laufe der letzten 40 Jahre immer wichtiger, immer zentraler. Heute hat man die Entwicklungen in der Türkei kaum mehr losgelöst von dieser Frage betrachten, denn momentan führt die Türkei gleich in drei Staaten Krieg gegen die Kurden. Zunächst in Sırnak, das war einmal das Zentrum einer kurdischen Stadt im Südosten der Türkei. Dann in Syrien, sie hat sehr viele Leute vertrieben und zuletzt und von der Weltöffentlichkeit kaum wahrgenommen im kurdischen Nordirak. Erklärtes Ziel der türkischen Regierung ist, eine kurdische Eigenständigkeit in der Region um jeden Preis zu verhindern. Die Türkei sucht also mit Waffengewalt das zu verheiteln, wovon die Kurden seit über 100 Jahre träumen. Die Frage bleibt also heute auch zentral. Haben die Kurden Recht auf Selbstbestimmung oder ist dieser Traum völlig illusorisch? Zunächst aber, wer sind die Kurden? Das Gebiet in Gelb ist das Siedlungsgebiet, wo sie wohnen. Sie sprechen eine indogermanische Sprache, die dem persischen Farsi neistet. Sprache und Kultur sind für ihre Identität maßgeblich, weniger ihre Religion. Vor einem Jahr wurde das Ende des Ersten Weltkriegs gefeiert. Einer der großen Verlierer des damaligen Kriegs war das Osmanische Reich. Das ist das Osmanische Reich in seiner größten Ausstellung, aber wie Sie sehen, das ganze Kurdengebiet lag im Osmanischen Reich. Briten und Franzosen in erster Linie darum bemüht, das riesige Territorium des untergehenden Osmanischen Reichs unter sich aufzuteilen, zogen in dieser Region neue Grenzen, die sogenannten Saix-Picot-Grenzen. Die Völker in der Region kennen diese Grenzen vor allem als Linien im Sand. Denn wie Linien im Sandkasten haben sie diese Grenzen gezogen und haben zum Beispiel das Volk der Kurden in vier Staaten geteilt. Nochmals das Kurdengebiet. Sie sehen die Grenze. Sie sehen ganz rechts Iran, dann Irak, Syrien, die Türkei. Der amerikanische Präsident Wilson, der damals die Grundzüge einer neuen Friedensordnung für das vom Weltkrieg erschütterte Europa legte, sprach den Völkern des untergehenden Osmanischen Reiches, namentlich den Armeniern und den Kurden, das Recht auf Selbstbestimmung zu, auf einen Staat also oder auf Autonomie. Dieses Versprechen wurde nie eingelöst. Kurdische Aufstände brachen überall aus. 1919 im nordirakischen Suleymaniyem, das ist in der Mitte vom Irak, dann im türkischen Diyarbakir, später auch in Iran. Die serieter kurdischen Aufstände und ihrer Niederlagen ließ im 20. Jahrhundert nie nach und nach jeder Niederlage folgte eine unfassbare Repressionswelle, Massendeportationen, Massager und Zerstörung. Wie viele Kurden heute in der Türkei, in Syrien und in Iran leben, kann nur geschätzt werden. In Volkszählungen werden sie nie nach ihrer Identität gefragt. Schätzungen zufolge gibt es in der Türkei aber rund 15 Millionen Kurden, sieben bis acht Millionen leben in Iran und weitere zwei Millionen in Syrien. In Irak gibt es etwas mehr als fünf Millionen Kurden, macht zusammen 30 Millionen Menschen. Somit sind die Kurden die größte Nation im Nahen Osten ohne Staat. Wir sind die Weisen des Universums, sagte 1974 der liegende Führer der irakischen Kurden, Mustafa Barjani. Gerade hatte der Irak und Iran eine Einigung in ihrem Grenzkonflikt um das Schad al-Arab erreicht. Daraufhin ließen Iran und die CIA die Unterstützung für die nordirakischen Kurden fallen. Und diese sprachen vom Verrat. Es war nicht der erste Verrat in ihrer Geschichte, aber der Verrat von 1974 wirkte auf die kurdische Seele wie ein langes, nachhaltiges Trauma. Bitte merken Sie sich, dies ist ein Muster, das sich wie ein roter Faden in den letzten 100 Jahren durch die Geschichte der Kurden sieht. Aus dem tiefen Wunsch heraus, eine eigene staatliche Souveränität oder eine Autonomie zu erlangen, lassen sich die Kurden für die Interessen anderer Mächte missbrauchen und werden noch jedes Mal in dieser Hoffnung getäuscht. Ihr Traum nach Selbstbestimmung ist immer wieder an den Interessen der sie umliegenden Länder gescheitert und scheiterte bislang auch an der eigenen kurdischen Zerstrittenheit. Auch dies zieht sich wie ein roter Faden durch die kurdische Geschichte. Müssen die Kurden wie die Palästinenser aber das ewig verratene, vergessene Volk der Geschichte bleiben? Die Geschichte wird von merkwürdigen Zufällen oder, wenn Sie es vorziehen, von geschichtlichen Unfällen geschrieben. Ein solcher Unfall in der jüngeren kurdischen Geschichte war die Expansion des islamischen Staates im Jahr 2014. Der dramatische Fall von Mosul, Mosul liegt im Irak, führte vor Augen, dass die Dschihadisten Anspruch auf ein Territorium heckten, das sich über die bestehenden Grenzen hinweg auf die ganze Levante ausdennte. Mit Levanten nennt man eigentlich das Gebiet von Irak und Syrien bis Beirut. Sie erklärten die britisch-französische Grenzziehung, die sogenannten Linien im Sand, als nicht mehr relevant. Der Nordirak. Es gibt Momente, die wir Journalisten gerne als historisch bezeichnen. Der Fall von Sinjar im August 2014 gehört dazu. Das Sinjar-Gebirge im irakischen Nordwesten, das ist oberhalb von Mosul, war traditionell die Heimat von rund 250.000 Angehörigen der religiösen Minderheit der Jesiden. Als die Dschihadisten Sinjar-Einnahmen ermordeten sich Hunderte von Männern. Tausende von Frauen wurden verschleppt, vermutlich wissen sie das, versklavt und vergewaltigt. Von orthodoxen Sunniten werden die Jesiden nämlich als angebliche Teufelsanbeter brutal verfolgt. Mehrere Zehntausende Jesiden flüchteten in das unwirksame Sinjar-Gebirge, das liegt an der Grenze zu Syrien, wo sehr viele von ihnen an Hunger, Durst und wegen der Hitze starben. Das brutale Vorgehen des IS erschreckte damals die Weltöffentlichkeit. Die USA mussten handeln. Der Fall von Sinjar veranlasste Barack Obama dazu, mit gezielten Bombardierungen gegen den IS zu beginnen. Und weil niemand der westlichen Anti-IS-Koalition bereit war, Bodentruppen in den Irak oder nach Syrien zu schicken, da erinnerte man sich auf einmal daran, dass die Kurden schon seither sehr gute Kämpfer waren. Ungeachtet des Verrats von 1974 schlugen die nordirakischen Kurden-Führer ihre Kämpfer, die wir als Bessmerger kennen, auf die Seite der westlichen Allianz. Vor allem aus einem Grund. Die Kurden sind fest davon überzeugt, und zwar, wenn ich Kurden sage, meine ich die Kurden in allen vier Ländern. Die sind fest davon überzeugt, dass sie ohne den Schutz der westlichen Mächte buchstäblich in ihrer Existenz bedroht seien, sei es von der Türkei, von Iran oder von Irak oder Syrien. Aus diesem tiefen Schutzbedürfnis heraus wurden sie zu treuen Alliierten des Westens. Die gehören zu den treuesten überhaupt im Nahen Osten. Die Bessmergers waren im Kampf gegen den Ehes im Irak führend. Das hat international zu einer beispiellosen Anerkennung ihrer regional-politischen Bedeutung geführt und zugleich zu einer Stärkung ihres Selbstvertrauens. Auf einmal fühlten sie sich nicht mehr als die Weisen des Universums. Im Kampf gegen die Dschihadisten haben sie zudem Territorien besetzt, welche die Kurden seither als Tieren betrachten. Dazu gehörte das erdöllerreiche Kirkuk. Das sehen sie dort oben. Kirkuks Erdöllerreserven machen fast ein Fünftel der gesamten Ölreserven des Iraks aus und hätten theoretisch das Fundament für den Wohlstand eines künftigen kurdischen Nationalstaates bilden können. Die Kurden des Nordiraks hatten nämlich nie aufgehört, von einem eigenen Staat zu träumen. Der Sieg über den Ehes ließ Massoud Barsani glauben, dass sie nun mehr in ihrer Geschichte ein reales und sich jeden einen völkerrechtlich anerkannten eigenen Staat zu erhalten. Ich kenne Barsani gut, seit 1988. Er ist ein wertkonservativer Politiker, der den kurdischen Teilstaat im Nordirak seit 1991 wie ein patriarchalischer Stammführer führte und an den alten gesellschaftspolitischen Strukturen nicht rütteln wollte. Ganz im Gegenteil. Alle Machtfedern ließ er in der Hand mächtiger Familien den Frauen die alte traditionelle Rolle vor. Außenpolitisch war er besonders vorsichtig und versuchte, die Nachbarstaaten nicht mit Forderungen nach Unabhängigkeit zu provozieren. Aus diesem Grund konnte er drei Jahrzehnte lang den Kurden im Nordirak ein Gefühl der Sicherheit geben und ihnen nebenbei auch einen bis dahin unbekannten Wohlstand ermöglichen. Nochmals zum Sieg über die Dschihadisten. Der Sieg, der deklarierte Sieg über den Jes, berauschte auch seine Sinnen. Das kurdische Volk hat das erregt, über sein Schicksal selbst zu bestimmen, sagte er und rief am 25. September 2017 zu einem Referendum auf. Soll der kurdische Nordirak seine Unabhängigkeit von Irak erlangen? Lautete die einzige Frage des Referendums. Und bei einer Beteiligung von 71 Prozent stimmten über 93 Prozent der Bevölkerung für die Unabhängigkeit ihres Gebietes. Am 25. September feierten die Kurden überall so, als wäre es Ihr Stadt bereits Realität. Schauen Sie sich mal die Bilder an. Das ist in Erbil, die Hauptstadt der Nordirakischen Kurden. Das ist Süleymaniye, weiter östlich. Das wäre im Iran bei Sanac. Das ist in Beirut. Aber auch in der Diaspora in Europa, in Kanada und in den USA, die feierten. Kein anderes Ereignis zuvor, hatte die Kurden weltweit als Nation so vereint wie dieses Referendum vom 25. September. Sie feierten allerdings zu früh. Eine knappe Woche nach der kurdischen Abstimmung schlossen die Türkei, der Iran und der Irak ihren jeweiligen Luftraum für Flugzeuge von oder nach Nordirak. Bagdad trete den Geldhannen für die autonome kurdische Region zu. Auf einmal konnten die Löhne der kurdischen Beamten, der Lehrer und der Pesmerga Kämpfer nicht mehr bezahlt werden. Der kurdische Nordirak wurde politisch und wirtschaftlich in die Knie gezwungen. Aber nicht nur dies. Am 17. Oktober eroberten irakische Truppenverbände und sie diese Milizen aus dem Iran, das erdölreiche Kirkuk. Über 100.000 Zivilisten wurden vertrieben. Der Fall von Kirkuk machte den kurdischen Traum nach einem unabhängigen Staat auf einen Schlag zunichte und destabilisierte das kurdische Gebiet, das bis dahin der sicherste Teil des Landes war. Die USA und die anderen westlichen Staaten ließen die demütigende Entmachtung ihrer bis dahin so geschätzten kurdischen Alliierten einfach geschehen. Die kurdischen Verluste können Sie sehen, abgesehen von Kirkuk, ganz wichtig ist das Gebiet auch Grenzgebiet zu Syrien, weil dahin konnte man vor allem Waren importieren oder exportieren. Die Kurden selber sprachen einmal mehr von Verrat. Eigentlich ein Verrat, der geostrategisch gesehen keinen Sinn machte, denn auf einmal war die Weltgemeinschaft der Iran der wichtigste Faktor in diesem Gebiet. Dennoch auf die Anfangsfrage. Die Weltgemeinschaft war im Jahr 2017 offensichtlich nicht bereit, den Kurden einer Unabhängigkeit zuzugestehen. Nicht mal eine Abstimmung darüber. Wie sonst kommen aber die Kurden zu ihrem Recht auf Selbstbestimmung, wenn keine Unabhängigkeit. Über Rojava wurde letzten Monat viel geschrieben. Ich fasse kurz zusammen. Im Schatten des Syrienkriegs hatte die kurdische Partei der demokratischen Union am 30. Januar 2012 auf drei nordsyrischen Provinzen, nämlich Efrin, das ist ganz im Westen, die autonome Selbstverwaltung. Rojava bedeutet auf kurdisch der Westen. Wie die irakischen Kurden erlebte auch Rojava einen magischen Moment, der für sie die große Wende bedeutete. Diesmal bei Kobane. Kobane ist eine kleine Stadt, ganz nah bei der Türkei, ganz oben. Vielleicht erinnern sie sich. Mitte September 2014 traten die Dschihadisten zu einer großen Offensive auf diese kleine, direkt an der Grenze zur Türkei gelegene kurdische Stadt an. Noch kalten die Dschihadisten als unbesiegbar. Der IS konnte Kobane aber nie einnehmen. Monatelang hielt die Belagerung des Städtchens an. Hunderte von kurdischen Jugendlichen meldeten sich damals aus allen Ecken der Welt als Freiwillige im Kampf um Kobane und nannten das Städtchen ihr Stalingrad. Damals sah man erstmals auch Bilder, die für die Region völlig aus dem Rahmen fehlen. Weibliche Peschmergers, schwer bewaffnet, die über Tod und Kampf redeten und ganze Regimente befälligten. Im Januar 2015 wurde der IS bei Kobane erstmals geschlagen. Der Kampf um Kubane lässt die regionale Bedeutung der syrischen Kurden in den Augen der Außenwelt sprungartig steigen. Und weil die Türkei zunächst, also das ist im Jahr 2014, die islamistische Opposition in Syrien, zum Teil auch die Dschihadisten, logistisch unterstützte, seien die Amerikaner die Kämpfer der kurdischen Partei der demokratischen Union als die effektivste Macht gegen den IS. Und koordinierten fortan direkt mit ihnen ihre Luftschläge. Wie die hierarchischen Kurden zuvor konnten auch die syrischen Kurden im Kampf gegen den IS territorial Gewinne verbuchen. Das ist das Gebiet, das sie befreit haben. Die Partei der demokratischen Union teilt mit der aus der Türkei stammenden kurdischen Arbeiterpartei PKK dieselbe Ideologie. Die PKK hatte 1984 ihren Krieg gegen die Türkei begonnen, mit dem Ziel, im Südosten Anatoliens, im Südosten der Türkei, einen souveränen kurdischen Staat zu gründen. Mittlerweile hat sie aber von einer souveränen Eigenständigkeit abgesehen und hält eine neue Grenzziehung in diesem Gebiet als völlig unrealistisch. Anstatt eines eigenen Staates propagiert sie einen sogenannten demokratischen Konföderalismus. Dieser soll die bestehenden Grenzen der Region respektieren, den kurdischen Siedlungen Konföderungsgebieten aber in den einzelnen Staaten weiter an Autonomie gewähren. Wie ihr Vorbild in der Türkei, die PKK, heckte auch die syrische Partei der demokratischen Union Anspruch auf Alleinherrschaft in dem Gebiet, wo sie dominant war. Zugleich war sie säkular. Die Religion spielt für beide Parteien immer noch keine große Rolle. Vielmehr wurde die kulturelle Pluralität gepriesen. So war man in Rojava bemüht, nicht Kurden und Christen in ihren Strukturen zu integrieren. Wie keine andere Partei in der Region haben sie eine progressive Frauenpolitik verfolgt. In Rojava galt eine Frauenquote von 40 Prozent, was für den Nahen Osten absolut einmalig ist. Stellen Sie sich mal das vor. Also in einem Gebiet, wo die Frauen nur in Schleier laufen dürfen und dann 40 Prozent Frauenquote. Das ist etwas Einmaliges für den Nahen Osten. Frauen übernahmen in Kampftruppen dieselben Funktionen wie ihre männlichen Kollegen und konnten gar auch gemischte Einheiten befehligen. Bis vor einem Monat hatte die kurdische Nationalbewegung im Nahen Osten zwei unterschiedliche Gesellschaftsmodelle vorzuweisen. Das konservative, traditionelle Modell vom Nordirak und Rojava. Im Kampf um die Seelen der Kurden trat Rojava als das linke, in Anführungszeichen, als das andere Gesicht der kurdischen Nationalbewegung auf. Vor einem Jahr haben kurdische Kämpfer den IS auch aus einer Hochburg Raqqa in Syrien vertrieben. Dies veranlasste den amerikanischen Präsidenten erstmals, einen Abzug der amerikanischen Truppen zu verkünden. Sie kennen wohl die letzten Ereignisse. Ich repetiere nur kurz, was den Lauf der Geschichte in Rojava innerhalb von einem Monat so grundlegend verändert hat. Am 6. Oktober zog der US-Präsident seine Truppen aus dem syris-türkischen Grenzgebiet zurück. Drei Tage später, am 9. Oktober, marschierte die Türkei mit ihren syrischen Alliierten ein. Türkische Kampfjets bombardierten flächedeckend den Syrischen Nordosten. Wir werden alle Terrorstrukturen östlich des Seufrats zerstören. Das versprach der türkische Präsident mehrmals seinem Volk. Denn aus Sicht der Türkei sind die syrischen Kurden nur ein Ableger der PKK und folgedessen auch nur Terroristen. Bis zu 200.000 Menschen wurden allein in den ersten Tagen in die Flucht getrieben. Am 17. Oktober vereinbarten die USA und die Türkei einen vorläufigen Waffenstillstand. Dieser setzte den Abzug der kurdischen Truppen aus dem Gebiet hier voraus, dass sie ja kurz zuvor von den Syradisten allein befreit hatten. Am 22. Oktober erlaubte ein weiteres Abkommen zwischen Russland und der Türkei die Stationierung russischer Truppen im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Auch dieses Abkommen sah den Abzug der kurdischen Truppen aus dem Grenzgebiet vor. Es schien, als hätten beide Großmächte im Namen ihrer eigenen Interessen das kurdische Volk einmal mehr fallen gelassen. Noah Chomsky, der berühmte Sprachwissenschaftler, hat herausgefunden, dass die USA die Kurden in den letzten 100 Jahren insgesamt 14 Mal verraten haben. Aus Not schlossen am 19. Oktober die kurdischen Kämpfer mit Damaskus ein Abkommen, das syrische Truppen erstmals nach Beginn des Bürgerkriegs wieder erlaubte in Gebieten von Rojava zurückzukehren. Die Rojava-Revolution ist endgültig tot. So prallte das Leibblatt des türkischen Präsidenten Sabach. Ist es tatsächlich so? Ich will wieder zurück auf meine anfängliche Frage. Wenn die Weltgemeinschaft den Kurden keine Unabhängigkeit wie im Fall des Nordiraks und keine Autonomie wie in Rojava garantieren will, wie können die Kurden immerhin ein Volk von 30 Millionen Menschen ihr Recht auf Selbstbestimmung international geltend machen? Vor genau zehn Jahren gab es noch ein drittes Lösungskonzept und dies wurde damals in der Türkei favorisiert. Es sah keine Unabhängigkeit und auch keine Autonomie für die kurdische Minderheit vor, sondern ihre Einbindung im politischen System der Türkei. Es war herausgerechnet Recep Tayyip Erdogan, der wie kein zweiter türkischer Politiker zuvor den Sarit nach vorne wogte und das grüne Licht für geheime Friedensgespräche zwischen der Türkei und der PKK gab. Im März 2013 erklärte die PKK einseitig ihren Waffenstillstand. Für die schätzungsweise 15 Millionen Kurden der Türkei setzte damals eine Ära des Friedens ein, eine Ära ohne willkürliche Verhaftungen und Exekutionen, ohne Massenvertreibungen und Angst. Bei den Parlamentswahlen, zwei Jahre später, erhielt die einzige legale pro kurdische Partei der Türkei, die HDP unter Führung ihres jungen, charismatischen Vorsitzenden, Salah Adin Demirtas, über 13% der Stimmen und konnte die 10% per Klausel für den Einzug ins türkische Parlament überwinden. Stellen Sie sich mal vor. Zum ersten Mal seit der Gründung der Republik Türkei, das ist 1923, zog damit eine kurdische Partei eigenständig ins Parlament, ohne ihre Identität leugnen zu müssen. Mir kommt es vor, als liege diese friedliche Ära eine ganze Ewigkeit zurück. Denn der Sieg der HDB beraubte der Regierungspartei von Recep Tayyip Erdogan die absolute Mehrheit im Parlament. Die Vergeltung kam unmittelbar und war verheerend. Im Juli 2015 erklärte Erdogan das Ende der von ihm selbst eingeleiteten Friedensgespräche mit der BKK und schloss eine Allianz mit der rechtsaußen und betont kurdenfeindlichen Mechabe. Als daraufhin die BKK beschloss, ihren Kampf aus den Bergen in die kurdischen Städten zu tragen, brachte der Krieg erneut aus und diesmal war er vernichtend. Buchstäblich. Die kurdische Menschenrechtsaktivistin Nurcan Beysel schreibt über diese Zeit, in der Regel verhängte das Büro des Gouverneurs, eine Ausgangssperre über eine Region. Dann setzten die Bombardements ein. Während der Ausgangssperren dürften die Menschen ihre Häuser nicht verlassen. In meiner Heimatstadt, die Diyarbocker, lagen verwesene Leichen von jungen Menschen monatelang auf den Straßen. Insgesamt 30 Städte wurden zum Teil oder ganz dem Erdboden gleichgetan. Die Stadt Schirnack etwa und ein Großteil der Altstadt von Diyarbocker Sur existieren nicht mehr. Über 400.000 Zivilisten wurden in die Flucht getrieben. Es gab mehr als 3.000 Tote. Das liegt nur zwei, drei Jahre zurück. So hat es eigentlich, das ist die Altstadt. Es ist eine Altstadt, ein historischer Teil. Dieser Teil der Altstadt, der kommt aus dem Byzantinischen Reich. Das Byzantinische Reich, das geht bis zum 15. Jahrhundert. Danach aber war es auch eine Hauptstadt für Araber, Armenier. Also wirklich ein historischer Teil. So hat es ausgesehen. Und dann zum Teil auch so. Im Jahr 2016 nahm Präsident Erdogan den versuchten Puts zum Anlass, um auch im kurdischen Südosten jede Stimme der Opposition zu ersticken. Kurdische Radio- und Fernsehanstalten sowie Zeitungen und Magazine wurden geschlossen. Abertausende Staatsangestellte, Lehrer, Akademiker und Ärzte wurden entlassen. Mit der vagen Anklage der Terrorunterstützung, wurden tausende Mitglieder der pro kurdischen HDP-Partei festgenommen und sitzen zum Teil heute noch hinter Gittern. Darunter befindet sich auch der charismatische Partei-Vorsitzende Salahaddin Demirtas. Die HDP, immerhin die einzige pro kurdische Partei des Landes, beschloss gestern, sich aus Protest vom Parlament abzuziehen. Aus Protest, weil die gewählten kurdischen, kurdischen Bürgermeistern zwangsweise aus ihren Ämtern entfernt werden und durch staatliche Verwalter ersetzt werden. Zieht sie sich tatsächlich zurück, werden über 15 Millionen Menschen im türkischen Einmarsch im Parlament nicht mehr vertreten sein. Und nun, das ist die Lage in allen, ich habe mich nicht auf Iran bezogen, weil ich kenne mich nicht sehr gut dort aus, aber das ist die Lage in etwa in diesen drei Ländern. Was nun? Der türkische Einmarsch in Syrien hat nicht nur Rocava verändert, sondern auch die Türkei. Innenpolitisch reitet Präsident Erdogan auf eine aggressive nationalistische Welle und ist damit besonders populär. Bis zu 80 Prozent der türkischen Bevölkerung stimmten für die völkerrechtswidrige Operation der Armee im Nachbarland zu. Er kenne nur noch eine Partei, die der türkischen Flagge, sagte der Vorsitzende der Oppositionellen Republikanischen Volkspartei Kemal Kilitsdaroglu. Dabei konnte seine Partei bei den letzten Kommunalwahlen sechs türkische Metropolen nur dank den Stimmen der kurdischen Wähler für sich gewinnen. Und Kilitsdaroglu selber ist ein Kurde. Der Krieg. Wirtschaftlich wird der Krieg der Türkei teuer zu stehen kommen. Wie teuer? Wagt man heute nicht zu schätzen. Außenpolitisch ist das Land isoliert wie nie in seiner Geschichte zuvor. Die Europäische Union, die arabische Welt geschlossen. Meine von Saudi-Arabien bis Ägypten bis alle. Israel und selbst China haben den Einmarsch der Türkei in das Nachbarland scharf verurteilt. Der amerikanische Präsident sei der einzige Freund, der Erdogan noch treu bleibt. So höhnt man heute hinter vorgehaltener Hand in Ankara und in Istanbul. Mir persönlich tut es besonders weh, weil ich kenne ja die Türkei seit sehr vielen Jahren und weiß, dass etwa vor zehn Jahren die Türkei im Nahen Osten als ein nachahmenswertes Beispiel bewundert wurde. Heute wird sie von den Nachbarländern vor allem als Besatzungsmacht angesehen. Nochmals mit der Frage, was nun? Vermutlich ist es nicht übertrieben zu behaupten, dass nach dem Einmarsch der Türkei auch unsere westliche Welt ihre Unschuld verloren hat. Damit meine ich, ein westliches Land, das in zahlreichen westlichen Organisationen wie die NATO eingebettet ist, verletzt ernsthaft internationales Völkerrecht und die NATO reagiert nicht. Klein ist tot, bezeichnete diesen Zustand der französische Präsident Macron. Die Türkei ist auch ein Kandidat der Europäischen Union. Und als solche gibt sie offen an, in allen besetzten Gebieten Syriens die einheimische Bevölkerung vertreiben und folgedessen öffentliche Säuberungen durchführen zu wollen. Und die EU ist unfähig, diesem Mitglied gegenüber einer gemeinsamen Politik entgegenzusetzen. Die Türkei hat eine humanitäre Katastrophe ausgelöst. 200 oder nach kurdischen Angaben 300.000 Menschen sind vertrieben worden. Laut Angaben der UNICEF darunter auch 80.000 Kinder. Der UN-Generalsekretär empfängt aber gleichmütig den türkischen Präsidenten und schüttelt mit ihm freundlich die Hand. Und wie sieht es bei den Kurden aus? Zwei Jahre nach seiner vernichtenden Niederlage hat sich der kurdische Nordirak wieder aufgefangen und gilt auch heute als sicheres Gebiet im allgemein unruhigen Irak. Die USA haben dort ihre Stützpunkte ausgebaut. Einen treueren Freund als die Kurden haben sie in dieser Ecke der Welt nämlich nicht. Das ehemals tiefe Vertrauen der kurdischen Bevölkerung aber, wonach sie sich auf ihre westlichen Alliierten immer hätten verlassen können, das ist hingegen verflogen. Rojava. Die kurdischen Kämpfer von Rojava immerhin, die sind heute, die werden geschätzt um die 40.000 oder 50.000 Kämpfer. Die geben sich nicht als geschlagen. Also wenn ich die westliche Presse lese, dann könnte man meinen, das ist eigentlich die Kapitulation der Kämpfer, denn sie müssten sich zurückziehen. Aber sie geben sich nicht als geschlagen, sie haben sich zurückgezogen, diese 30 Kilometer südlich der Grenzlinie. Aber noch heute würde der Krieg im Gebiet fast weiter südlich liegen. Darüber hinaus, sie kontrollieren noch ein relativ großes Territorium. Sie sehen, das Rote ist wo die Türkei ist. Aber überall, ansonsten sind immer noch die Kurden. Also vor Ort hat sich wirklich nicht so viel geändert, wie man der westlichen Presse hätte entnehmen können. In diesem Gebiet, das die Kurden noch kontrollieren, befinden sich 70 Prozent der syrischen Ölquellen sowie wichtige Staudämme. Rein theoretisch könnten die Kurden also mit Damaskus eine Art der Autonomie gegen Ölquellen und Wasser aushandeln. Das würde freilich eine Fortsetzung der amerikanischen oder europäischen Unterstützung voraussetzen. Wie im Nordirak sind die amerikanischen Soldaten auch in Rojava wieder zurück, um laut dem amerikanischen Präsidenten gemeinsam mit den Rojava-Kurden die Ölquellen zu beschützen. Wird der US-Präsident die US-Truppen in Nordsyrien weiterhin behalten oder wieder seine Meinung ändern? Unbekannt. Noch wichtiger, was die Kurden anbetrifft. Nach dem türkischen Einmarsch in Rojava empfinden sich die Kurden, ob nun in der Türkei, im Iran, im Irak oder in Syrien, als Mitglieder einer und derselben Nation. Dieses Bewusstsein war noch nie so ausgeprägt wie jetzt, nicht einmal bei dem Referendum vom Nordirak. Es gibt uns noch, auch wenn sie behaupten, wir existierten nicht, sagte mir die Menschenrechtsaktivistin aus Dich Arbogen, Nurcan Baisal, trotzig. Angenommen, der türkische Präsident könnte Rojava tatsächlich zerstören und das autonome Kurdistan im Nordirak zunichte machen. Das Volk der 30 Millionen Kurden wäre immer noch in dieser Region und mit dem Krieg würde Erdogan sie höchstens radikalisieren. Danke für das Zuhören. Applaus 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 Applaus